Guten Tag und Herzlich Willkommen zurück zu Zertnaudiger. Der ist da. Der hat so komische Augen gerade. Egal. Ne, den nehmen wir nicht. Wir nehmen die Seemotte. Huch, oh. Ich kick hier voll die Maus weg. All systems online. Ob wir in die Luft schon mal fallen sollten? Der mit den schwebern da rumfliegt. Können wir immer noch machen. Schwimm einfach mal da ins dunklere Gebiet. Oder ins tiefere, sag ich mal. Ja, ein bisschen darüber. So, das sollte reichen. Oh. Jetzt haben wir uns wieder selber da. Beschossen, sag ich ja. Okay, du? Oh, geil. Das Maum-Winner her. Neuer Blueprint. Acquired. Mehr Blueprint. Acquired. Begezwungen, der Cyclops ist ausgestattet, um eine 3-Person-Crew zu operieren. Nur erfahrenden Helms-Leute müssen versuchen, dieses Fahrzeug solo zu pilotieren. Gut. Jetzt geh nieder hier. Ich will dich mitnehmen. Hallo? Darf ich dich mitnehmen? Ah, gut. Ich darf dich nehmen. Gut. Das ist einfach zu geil, ey. Und rein da. Boah. Das ist neu. Alter, das ist groß. Ah, geil. An beiden Seiten hat er. Nee. Nee. Nee, nicht. Boah. Das ist ja geil. Das ist neu. Gucken. Gibt's hier noch was Neues? Der hat immer noch so viel, ne? Der hat immer noch 6, ja? Boah. Ja, das ist auch nicht neu. Aber ich find's gut. Find ich gut, dass das neu ist. Hm. Gut. Wir sind back. Ich kann erstmal aus. Das mach ich ein andermal. Aber wir haben den Zyklopen. Das ist doch schon mal gut. Dann schwören wir gleich zur Basis zurück. Machen dann hier noch ein paar bisschen Einrichtungen und sowas. Hier ist natürlich alles leer. Hier. Hier ist nix, ne? Jo. Und das ist auch alles neu. Nice. Das find ich gut. Das andere. Das nenn ich mir richtig gut. Das mal aus hier. Engine on. Engine powering up. Und dann fahren wir mal nach Harrison. Wusch. 500 Meter. Wir könnten da eigentlich runter. Aber... Ne. Jetzt noch nicht. Im Moment nicht. Jetzt brauchen wir noch einen Ort, wo wir den Zyklop abstellen. Ich würde sagen, den stellen wir hier so ab. Engine powering down. Powering down. Ja. Ich will da hin. Das Streifen kommt schwarz. Jetzt. Streifen 2 kommt. Blau. Ne. Hier kommt Blau. Hab's mit meinem Blau und so, ne? Grün. Und hier kommt... So. Nein. Hier. Nicht hin. Was ditcht denn da immer gegen jetzt? Machen wir die Tür dich. Busch. Boah. Das schockt mich hier zum Beispiel. Das so geil aussieht. Ich glaube ich sollte da mal reinschwimmen. gut. Jetzt gehen die Klappen noch dicht. Das ist so geil das Dall. Gut. Wo fahren wir jetzt? Wir wollen hier erstmal rein. Genau. Wir können ja den Zyklopen ausrichten, äh ausrichten fahren. Ne, ausrüsten meine ich. Das können wir schon mal machen. Da. Ne, wir gehen glaube ich erstmal auf Expedition. So. Erstmal ein paar Ruckler hier. Wir essen nochmal schnell was und so. Das geht ja nicht, dass wir auf halbem Licht denn sonst verhungern. Es geht wieder hier mit dem... dann den letzten Update. Das finde ich schön. Machen wir das mal hier so. Eins, zwei, drei. Und erstens. So jetzt haben wir 100. Das ist schön. Was renne ich hier überhaupt rum? Muss ein sonstiges ran. Da passt er nicht rein. Hier. Da passt er rein. Haben wir noch Batterien? Muss ich nochmal gucken. Batterien haben wir da hinten. Batterien. Da nehmen wir uns drei mit. Genau so. Reingehen. Alle Systeme online. Das ist immer gut. Ja. Dann suchen wir jetzt nach Wracks. Was? Ups. Sorry. Wollte ich nicht. Muss mal alles anfangen, was sich bewegt. Hier ist ein Wrack. Äh. Hier sind Wrackteile, aber kein Wrack. Das einfach nicht beachten hier. Das sieht interessant aus. Also hier waren wir schon mal drin. Eigentlich. Aber ich möchte gerne diese Pflanze nochmal haben. Jetzt scannen wir die nochmal. Den haben wir schon mal gescannt. Dann haben wir auch alles drin. Boah, Silbe. Ich salze nämlich überhaupt. Äh übrigens nicht mit. Das brauche ich eigentlich so selten. So, ich sollte auch mal wieder langsam zurück. Sonst haben wir gleich keine Luft mehr hier drin. Nuklearmotte. Abzusehen-Motte hier. Mist, das habe ich jetzt nicht gedacht. Und hell ist es. Wo kamen wir von da? Ist er da lang oder was? Ich glaube hier sind wir ein bisschen falsch. Das sind wir auch. Spiele. Was machst du denn hier? Mann, 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 Mann. Natürlich so flüssig alles. Ich weiß nicht, woher das jetzt liegt. Liegt das vielleicht daran, dass ich noch irgendwas im Hintergrund offen habe oder so? Hier ist eigentlich Todeszone. Ich wollte mal da runterkriegen. Hallo so. Willkommen aboord, Captain. Ich geh mal lieber hier rüber. Ich traue dem ganzen nicht. da kommt der Weeper an, also der Libertar, dann bin ich dort und dann keine Seemmorde mehr, das finde ich alles nicht. Neun die dann lieber noch nicht riskieren hier. Mann, habe ich mir zerschraubt. Ich suche mir mal Wracks, in diesen Teilen da auch immer ein Wrack. Aber jetzt irgendwie nicht mehr. Hier liegt was. Hier ist das schon mal, Mann, ich äck auch überall wegen. Hallo. Ich schwimmen wir mal da lang. Ne, wir schwimmen mal nach da hinten, so in die Richtung. Ich finde irgendwie kein Wracks. Da bin ich bestimmt schon wieder irgendwo dran vorbeigeschwommen. Mal ein bisschen hier rumgucken. Einfach mal gucken. Oh, die Geräusche, ey. Hier muss doch irgendwo gleich einen Wrack haben. Hallo, hoffe ich nicht so. Wir sind hier, glaube ich. Schwimmen wir da hinten weiter. Ah, hier. Ach, das ist dieser Wrackteil. Hier gibt's ja nichts. Huch. War eben erst mal alles weg hier von der Karte. Ich glaube, ich muss gleich mal das Spiel neu starten. Ja, so ein kleiner Fisch, weißt du. Ich habe hier gleich erst mal. Ja, das ist der Wrackteil weg, soll ich zwölf Prozent hat er nur noch. Zum Glück habe ich drei Batterien mitgenommen. Mal hier hochfahren und dann mal gucken. Hm. Komm, hier muss ja irgendwo ein Wrack sein. Ich kann sie vor mir nicht verstecken hier. Oh, oh. Wir sind schon bei der Insel hier, oder was? Wir sind schon zu viele, durch zu viele Biom hier gefahren, glaube ich. Ich werde, glaube ich, gleich mal schnell Neustart machen. Besser kommen wir außerhalb nicht. Und schon wieder reingedellt da. Da gibt's doch nicht. Flatscht ein Fisch. Ein Fisch da dagegen und haut mir hier alles kaputt, weißt du. Ach, sag mal. Irgendwo muss ja hier mal ein Wrack kommen. Ah. Wir haben es gefunden. Wir haben eins. Jetzt brauchen wir erstmal den Schneider. Ich schneide es hier unten, weißt du? Und da oben ist das Licht. Hauptsache ich bin kaum mit dran und schon rüttel das. Ich verstehe das nicht. Weiter geht es ja nicht, ne? Da geht es vielleicht vielleicht, weiß ich nicht. Lass sie wieder raus. Na dann. Steig ein jetzt hier. Junge. Das nervt gerade ein bisschen. Das lief doch alles flüssig vorhin. Ja sorry, dass gestern keine Folge rauskam, wollte ich nochmal sagen. Ich konnte gestern nicht mehr aufnehmen und dann ging das alles ein bisschen in die Hose. Da kann man dann eine Nachricht bekommen. Bestimmt von der Sunbeam. Da kann man dann eine Nachricht bekommen. Bestimmt von der Sunbeam. Ja. Ja. Da waren wir da unten schon. In dem Wrack. Mal gucken. Hier denke ich auch irgendwo. Mann. Hau doch mal hin hier. Gut. Ich werde das Spiel glaube ich mal neu starten. Und dann. den nächsten Tag aufnehmen. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Und ein Abo. Und teilt dieses Video wenn ihr es mögt. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Weiß hat ein Aurica. Tschüss.